Niemand kümmert sich um meine Party. Die anderen Kinder werden sich darüber richtig freuen. Was? Wieso freuen die sich darüber? Wer hat das gesagt? Du sprichst mit ihnen. Was? Nein! Du hast gerade gesprochen? Mom! Nein! Du sprichst, du hast geredet! Nicht, nein! Los, nicht! Wieso sind deine Krallen nass? Die sind von Natur aus feucht. Diese Kinder profitieren alle von meinem Wissen, bevor ich bald tot umfalle. Ich bin einfach anders. Nicht so schlau wie die anderen. Das ist eine schwere Zeit. Du bist ein guter Junge. Niemand würde mich je so mögen, wie sie das tat. Junge, die wissen doch überhaupt nichts von dir. Jetzt kannst du endlich mal zeigen, was du drauf hast. Das ist völlig normal. Du wirst erwachsen. Können alle Echsen reden? Das weiß ich nicht. Ich habe noch nicht alle getroffen. Ich wusste nicht, wie ich ihr helfen soll. Also habe ich einfach zugehört. Und das hat geholfen. Da war ich auf einmal der Meinung, ich könnte wirklich etwas bewirken. Tschüss! Dies sind deine besten Jahre. Das kannst du mir glauben. diesen Aufreřiteten hast du mirانst. Wirklich sind. плatnen���休zliche Hope für fünf und 20ERS an. Bis zum nächsten Mal in die 볼 о Bringssee zu dürfen. Bis zum nächsten Mal in Ihnen. Bis zum nächsten Mal in der Kommentare. Vielen Dank.